Wow, guten Abend, liebe Gemeinde, wo kommen diese Menschen her? Tja, Hildesheim, so sieht Spaß aus. Ich bin der Sascha, hallo, wer bist du? Katrin aus Hannover? Aus Hildesheim. Eine siebenfache Mutter an Rollstuhlfahrern, Schwulern, Vietnamesen und eine Frau aus dem Osten einer Regierung, hallo! Unsere Regierung sieht aus, als hätte sie UNICEF zusammengestellt. Gibt es ein Urlaubsland, wo Sie das Gefühl haben, da wollte ich schon immer mal hin? Marokko. Marokko. Oh, meine Hina, Prosecco. Habt ihr das gesehen? Bauer sucht Bauer. Ich bin der Philipp und ich bin ein warmer Farmer. Sag mal, Leute, na, willst du noch mit zu mir? Neue Wahl. Neue Wahl. Natürlich. Habt ihr mal Dressurreiten gesehen? Wie eine Blume am Winterbeginn und so wie ein Feuer im eisigen Wind. Ey, Alter, ey, was willst du? Wer sich nicht wehrt, endet am Herd. Ich komm mal klar mit deinem Leben, geh mal arbeiten, ey. Prosecco. Rosamunde Pilcher. Fuhr sie nach Drizzlecastle at the Beach. Wo sie als kleines Mädchen auf kleinen Shetland-Pontal setze. Bully, 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 Bully. Ging, 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 ging. Das guckst du gerne, ne? Das hab ich gerne erwacht. Neue Wahl. Wie alt bist du? Uuuh. Jetzt weiß ich endlich, wie sich Luther Matthäus fühlt, Leute. Ich werde mich nicht länger wehren und zieh zu dir nach Schneehrern. Da fällt die vom Hocker. Das sind vier Minuspunkte. Dann seh ich die Wolken, die über uns sind Und höre die Schreie der Vögel im Wind Allein bin ich hilflos, dein Vogel im Wind Der spürt, dass der Sturm beginnt Er stellte sich unter die heiße Dusche Und genoss, wie das heiße Wasser seinem Körper entlang glitt. Ziehen Sie sich sofort wieder an. Neue Wahl. Er hörte wie eine Amsel ihr Lieds an. Dann sag ich, lasst es doch sein. Klauen ist doch keine Lösung. Warum macht ihr das? Und sie sagen dann zu mir, ich werde Oma. Und ich bin als Mann inzwischen in dem Alter, wo der Körper den Klamotten entgegen eilt. Das ist so. Ich hab ja auch gedacht, pass auf Sascha, komm. Wenn du auf dem Schiff bist, mach wenigstens mal Sport. Das ist der Hammer. Body Shaping. Wir sitzen alle im Kreis, trinken Kaipirinha und rasieren uns den Schritt. Das wird fröhlich. Sing mit mir ein kleines Lied, das die Welt in Wieden lebt. Ein schöner Hammer! Ein schöner Hammer!